Okay, auf ein neues! Jetzt erwischen wir es aber alle. Hoffe ich. So. Achtung, der Täter versteckt sich! Ich hab... Was? Ja, Mist. So, werden wenigstens die schon mal aus dem Weg. Was? Jaja, komm her. Hier ist ein Friedhof, hier liegt ihr direkt richtig. Müsst euch also keine Sorgen machen um Beerdigungskosten oder so. Hm. Ah, da kommen welche. Hä? Zentrale, wir haben hier eine tote Person. Melde mich wieder, wenn ich mir weiß. Durchkämmt das Gebiet in Quadranten und haltet die Augen offen. Los jetzt! Geschnallt! Ich brauch hier unterströmt zu! Ich hab hier eine tote Person. Mache mich jetzt auf die Suche nach dem Täter. Wie können die bitte wissen, dass ich es war? Wenn die nicht gesehen haben hab ich mich schon geschossen oder so. Naja, was solls. Sind alle tot. Ja, das habt ihr. Aber keins mit dem du klarkommst, Junge. Sag ich ja. So, da hinten war doch einer. Da ist er. Na? Heh, heh. So. Ich denke mal, ich kann mich mal vorwagen, ne? Dürfte nicht mehr viel rumlaufen. So, die nehme ich mal mit. Okay. Und von dem die Klamotten, passt. So. Da sind noch welche. Na, komm, die lege ich auch noch um. Weil's so Spaß macht. Nennt man Schüsse, diese seltsamen Geräusche. Na. Na, ich krieg dich. Ha, ha. So. Das ist doch schon mal wunderbar gelaufen. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Wie sich das Licht in der Glatte spiegelt. Wunderschön. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen. Warum Wernwood wirklich übergelaufen ist? Über Ihr kleines Forschungsprojekt? Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich Ihnen sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist die Chance. Nutzen Sie sie. Oh, dann schreiben Sie schon mal in Ihre Grabrede. Was ist denn hier? Ja, schreibt ihr alle mal eure Grabrede. Ich bin gerade irgendwie so in Action-Metal-Mode. Na. Die hätten wir schon mal. Bleiben nur noch einige Wachen. Alle nach. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Böse. Geht weg. Oh, oh, oh. Verstärkung. Na. Na. Nein. Kamera. Na. Nur wegen der blöden Kameraperspektive. Ah, das ist doch zum brechen. Na ja, auf ein neues. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist? Über Ihr kleines Forschungsprojekt? Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Hm, ich glaube, ich verstecke mich direkt hier hinter. Vielleicht auf lange Sicht gesehen gesünder. Jo. So. Na, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Er kommt. Ich habe sich gesagt, wiederholen Sie einen Risskopf. Hehehe. Oh, da ist einer noch. Weg auf! Na wo sei der denn? Da komm komm Oh. Oh. So. Wo sind sie denn? Oh man! Das ist ein bisschen Feuer! Naach! Naja, ich habe einige mitgenommen. So, jetzt schafft man es aber. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope... ...soll auch gelacht sein. Wenn Sie erfahren, dass Sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden Sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist? Über Ihr kleines Forschungsprojekt? Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance! Nutzen Sie sie! Oder schreiben Sie schon eine... ...so... 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 ...okay... ... 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 Na, jetzt scheint es wieder zu gehen. So. Vielleicht sehe ich von hier aus mehr. Oh, oh. Jetzt muss ich noch den Rest ausräuchern. Ich brauche Verstärkung. Na, kommt. Wie viel seid ihr noch? Vier? Nee, mehr. War ja klar. Ah, lag. Der ungünstigste Moment zu laggen ist doch echt in so einem blöden Kampf. Jetzt ist er schon aufzulecken. Komm. So. Au. Mit. So. So. No. So. 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 Wir müssen den K. nicht wieder verlieren. Wir haben den K. nicht wieder verlieren. Wir müssen den K. nicht wieder verlieren. Wir müssen den K. nicht wieder verlieren. Ach, Gott, nein! Ah, nee. Das war jetzt so ärgerlich. Boah.